einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin und ich begrüße euch zu einem neuen angezockt after use wollen wir heute anzocken so ein schönes spiel sein einstellungen steuerung helligkeit habe ich gemacht beim starten spielen sprache ich auch beim starten ich habe auch qualitätsmodus 4k 30 fps sound legen wir mal los am anfang kam auch name ich bin schweiß ich habe mir das extra noch mal aufgerufen private vision und poquito oder so kam auch und von dem ist glaube ich so ja das spiel mit mit diesem kleinen lichtmanikippen was ich mal was ich mal gespielt hatte wurde auch so jump in one und so ich habe noch nicht aber wurde auch so rätselfasen ich komme jetzt gerade nicht auf den namen der load webseite ist von private vision ist jetzt zum beispiel the outer world die erweiterung cables cable 2 the asses story das ist wo man halt als zühlen mensch da seine gruppe steuert das hatte ich euch auch schon mal vorgestellt desintegration was ja dann leider nicht mehr an den ging olli olli world roller roller drum das ist ja grad ein bisschen free to play soll ich haben und derzeit after use verschwunden also doch und 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 ive und 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 Ich gebe dir mein Herz. Ich werde uns auf dem Weg helfen. Und so kleinere Spiegel können echt sehr oft sehr packend sein. Oh, ist aber düster. Oh, ist ja cool, ich werde wirklich langen Lofa kommen, Gras. Das sieht jetzt hier aber nicht so aus, als wenn hier irgendwas versteckt ist. Ich muss einfach nur nach A nach B laufen, ohne was zu sammeln oder was? Das kann auch sein, weil jetzt hier noch der Anfang ist, also wir lernen es ja gerade noch. Doppelsprung. Das war jetzt mal sprinten, okay. Ach so, Doppelsprung. Aha, reiten. Funktioniert nicht. Ah, okay. Wieso komme ich denn da nicht rüber? Dann geht doch. Wie ging es denn vorher nicht? Und wieder zurück. 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 Das ist jetzt passiert noch nicht viel, also wir lernen es ja auch noch kennen. Das scheint aber langsam nach draußen zu gehen. Das scheint aber langsam nach draußen zu gehen. Und wieder zurück. Und wieder zurück. Und wieder zurück. Das ist jetzt passiert. Änderungen befreien. Ach, da sehe ich, wie weit ich schon gekommen bin. Wir sind gerade auf dem Weg zum Hund. Aber süß gemacht ist es, muss man sagen. Das reicht nicht. Ah, wir können was Neues. Sollen wir jetzt garantiert auch mal üben. So, drücke in der Luft. Und kurz viel Luft. Okay. Weiter. Ah. 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 Mist, ich habe nicht gesehen wo ich bin, können wir ja mal versuchen so rüber zu kommen. Das war knapp. Ob hier auch irgendwas, wir können ja auch da runter, ob da was versteckt ist, weil da leuchtet irgendwas. Ach nee, das ist der Scheinwerfer vom Auto. Da kommen wir, wo sollen wir denn jetzt hier hin? Da lang. Ach, wo ist es so weit? Das ist so nah. Das ist so weit. Oh shit, Mist. Ach. Das ist so weit. 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 Das könnte Öl sein. Aber das verletzt sich. Das ist halt nicht so gut. Ach, guck mal, alles grün gemacht. Das ist so weit. Jetzt zwei Explosionen. Sprint, Wandlauf beim Laufen. Aufladen nicht möglich. Bleibt es oder geht es dann irgendwie wieder weg? Das geht dann wieder weg, okay. Ach so, nee, da ist das. Hier sollen wir das machen. Ach, das bleibt dann weg. Und da leuchtet das. Ich glaube, ich habe den Hund gefunden. Guck mal nach. Zweige drücken, das Herz zu werfen. Das wird dann nur das Herz zurückzurufen. Nee, das kann man inzwischen stoppen. Das ist nur ein Stück. Du hast einen sammelbaren Geist gerettet. Sammelbare Geister werden beim Erkunden der Welt deiner enthüllt. Ah, wenn du sammelbare Geister rettest, befinden sie Ost. Streifen die Welt. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Rauh, ich muss hier wohl. Wenn wir jetzt schon was zu sammeln haben, dann sammeln wir dann natürlich. Mist. Nooooch. Aber wie soll ich da rankommen? Ah. Also hier ist Kienamehl. Aber da unten kommt noch einer. Ein Stück geradeaus rennen. Aber ich glaube, wir müssen da erstmal wieder hier oben rauf. Damit wir hier vorankommen. Und wir müssen da vorankommen. Vorstand. Da ist noch ein Stück. Ach, da kommen sie ja noch mehr. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Aber eben erst gleich. Da sind wir gleich dran. Ah, da sind. Mal gucken, wie wir da rankommen. Ich glaube, ich hier rüber. Mal gucken. Da kommen wir nicht weiter. Ach, Mist. Bin ich schon wieder zu nahe gekommen. Nee. Nee. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Mist Nee, ist doch nicht Oh, da sind noch mehr Das ist der Weg, aber hier links daneben geht es auch noch weiter Mist Hier ist nichts Dann gehen wir doch mal da lang Dann sieht das vielleicht nur so aus Dann kommen wir da später vielleicht hin Dann gehen wir da nach Dann ist das Dann 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Da müssen auf jeden Fall welche sein. Vielleicht geht es ja da lang, denn hier sind auf jeden Fall zwei. Da müssen auf jeden Fall welche sein. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. So, jetzt haben wir da aber... Und wo sind wir jetzt? Da kommen noch zwei. Dann machen wir den Weg weiter. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Hey, da ist wirklich nichts weiter. Das ist direkt hier. So, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir müssen geradeaus ein Stück. Und dann legt's noch immer her. Aber ich komme jetzt weiter. Das war's für heute. Das war's für heute. Hier ist nichts. Falsche Richtung. Ja, danke. Ach, Mann. Ja, danke. 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 Ist doch nicht. wir sind auf dem richtigen weg müssen links und unten die anders offen wie ich dahin okay okay ist da nicht ich glaube ich brauche da noch eine andere fähigkeit um da weiterzumachen da kriegt bestimmt noch eine fähigkeit wo ich dass ich den doppelsprung oder praktisch diese denn und er oder gucken ich habe einen von acht gefährten geister 8 von 100 erinnerung 0 von 89 ua ha ua ha ua ha fände ziemlich lang zu sein so aber nach hier fast einer stunde würde ich jetzt ihren cup machen ich hoffe hat euch gefallen wenn es euch gefallen natürlich däumchen während träumchen wenn du noch fragen habt in die kommentare posten wie gesagt in der hohen qualität wie ich es hier aufnehmen mit einer hohen bitrate auf hoch in 4k momentan läuft doch alle ganz gut ob wir keine probleme angezeigt werden also dann eigentlich alle im grünen bereich sein aber ich bin jetzt weg bis zum nächsten mal hat er ein